Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII, das ist am 14.08.2022. Ich werde das hier inzwischen entladen. Wir haben das letzte Mal die zwei Boss besiegt. Und jetzt sind wir auch so eine Art Schulfest eingeladen. Wir haben uns das letzte Mal auch hier umgezogen. Ja, wer dabei sein will, ihr wisst schon. Einfach eine Bewertung da lassen. Gut. Hey, steht dir super. Also auf zur Väter. Ich bin mal gespannt. Hey. Jo, René. Hey, wir sind jetzt beide Seeds. Tja, weiterhin alles Gute. Hä? Du wirst dich wohl nie ändern. Sieht dir ähnlich. Bis später. Was? Ja, wieder. Hey, Sir. Hey, hey. Wie wär's mit einem Posten im Schulfest-Komitee? Oh, mir fällt da gerade was Wichtiges ein. Wie? Bis spät... Was? Bis dann? Boah. Hey, René. Was denn jetzt? Willst du mich das Schulfest mitorganisieren? Nur ab und zu mal. Was ist? Gott. Was ist doch witzern? Äh, warum nicht? Wenn's unbedingt sein muss, warum nicht? Hm, echt? Juhu. Wir werden viel um die Ohren haben. Als Seeds und als Organisatoren. Bis dann. Du siehst am coolsten aus. Hey, magst du mit mir tanzen? Genau. Du bist wohl einer von denen, die nur tanzen, wenn ihnen ein Mädchen richtig gut gefällt. Hm. Du wirst mich mögen. Mich mögen. Immer noch nicht. Ich kann nicht tanzen. Wird schon schief gehen. Ich suche nämlich jemanden, aber allein kann ich doch schlecht auf die Tanzfläche. Ja. Na, die kommt noch vor. Ja, da gibt's auch nur ein Versuchtszene. Ja. 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 Da geht's nicht. Nein, na ja. Die hat einen Außeneinsatz Es ist nur sein Auftrag zu tanzen So, da ist er doch Du bist echt ein Genie Voll Punktzahl fürs Tanzen Danke für die Blumen Willst du etwas von mir? Mit einem fremden Mädchen tanzt du Aber mit mir willst du nicht mal reden? Das habe ich gemeint Nicht wirklich Du bist hier die Ausbilderin und ich dein Schüler Kein gutes Gefühl, wenn der Ausbilder neben steht und schweigt Hm, du hast recht Hätte ich fast vergessen Glaubst du auch, dass ich als Ausbilder ungeeignet bin? Hier ist ein neuer Einsatzbefehl Du wirst mich gleich zum geheimen Ort begleiten Der Ort, an dem sich die Schüler nach der Ausgangssperre treffen Es ist gleich hinter der Übungshalle Was machen wir dort? Sollen wir die Schüler auffordern, in ihre Räume zurückzukehren? Ich habe keine Lust auf sowas Es ist wohl Sachen des Ordnungsdienstes In Zivil am Eingang der Übungshalle sammeln Das ist mein letzter Befehl So Darf ich jetzt gehen? In Zivil in die Übungshalle Was für eine Mission ist das? Ja, das will ich ja herausfinden So, darf ich mich wieder umziehen? Ja, bitte Cool, jetzt habe ich wieder das Mal sehen Was mich jetzt erwartet Quartierer Brauche ich nicht Was sind wir hier? Mensa Schulruf Brauche ich nicht Was sind wir denn jetzt hier? Nazareth Darf ich denn da nicht nach rein? Ich glaube, ich muss wirklich in die Übungszahlen Ob die hier hin ist? Hey da In der Nacht gilt Ausgangssperre Ach komm ey, weißt du Ich muss das irgendwie umgehen Ich muss es auch vorstellen Ich habe jetzt ungefähr 5 oder 6 Stunden daran gespielt Fischerei So, ist es das hier, was ich suche? Übungshalle, ja genau Hier bin ich richtig Sag mal René Hast du in der Übungshalle mal gegen den Archion Dions gekämpft? Weiß ich nicht mehr Diesen Dinosauriern kann man bequem mit Zustand K beibekommen Achja, wir sollten im Tutorial über Zustandsänderungen nachlesen Oh nein Hier einige Erklärungen zum Koppeln von Zustandseigenschaften Wenn eine GF Elibilities besitzt, die man mit Zuständen koppeln kann Erscheint beim Koppeln von Sauber Wenn es über dem HP Wert die Zustandsoptionen weiß Okay, das heißt Das ist cool Ja Das ist cool Das ist cool das spielt Untertitelung des ZDF, 2020 So, auf zum Geheimort Äh, ich bin Level 16 So gut Mal sehen Äh, mir sind die Sonsaurier, die auf mich erwarten Da kenne ich noch Dino Crisis Hab ich noch nie gesehen, den Ort Hier ist ne Tür Hier auch wohl lang Ich geh mal hier hin Ich geh mal hier hin Schweigen Wenn wir mal Emma beschwören Gute Idee Diamantenstaub Gute Idee Gute Idee Giftbruder naja sehr schön level up und Rohrpunkt 10 Eis gefunden ein Aschionondes ne passt lieber auf lauf weg wenn der Gegner zu stark ist ne ähm ich nehm mal ich nehm jetzt mal ihn hier ich zieh mal Blitz ich sollte sie mal dringend heilen wenn die hat nicht mehr viel Gewittersturm komm ich schwöre alles ja zu die sie Ich nehme mal Eis, ich muss mal ausprobieren 702, oh der ist stark Manchmal schweigen, gucken Er schläft, oh sehr schön Jetzt richtig in Ruhe angreifen, das ist richtig gut Blende, ja So, dann nehme ich mal Feuer Ja Untertitelung des ZDF, 2020 Wie fällt es so eigentlich noch aus? 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 Wie fällt es so 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 aus? Das ist ja cool, danke für die Trophäe Das ist auch was machen Elixier heilt mich also auch, das ist gut Die Trophäe Donnerwandler passt Ich glaube ich muss wohl noch irgendetwas in der Bungssattel tun Ich bin anscheinend auch noch nicht fertig Ich bin anscheinend Ich bin anscheinend auch noch nicht fertig Ich überlege nur gerade, was ich jetzt machen soll Ich soll irgendein Karte sehen Das habe ich hinbekommen Ich bin anscheinend 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 Ich bin anscheinend